Jakob in Ruhr, in Vorbereitung des Wilhelm Jan gegen Müller-Pilis. Kämpfer bereit? Kämpft! Stopp! Punkt für blau! Kämpft! Stopp! Punkt für blau! Punkt für blau! Punkt für blau! Punkt für blau! Hoch für blau, 2, 0, kämpft! Stopp! Doppeltreffer! Stopp! 2, 0, kämpft! 2, 0, kämpft! Stopp! Hoch für blau, 3, 0, blau gewinnt! Applaus Stopp! Es kämpft mit kleiner Christoph in blau, gegen böse Jürgen Jakob in rot. Nächster Kampf Wilhelm Jan in blau, gegen Müller Philipp in rot. Es bereitet sich vor, Ruf Sebastian und böse Jürgen Jakob. Jürgen Klang Jürgen Klang Jürgen Klang Berat